Hallöchen, ganz liebe Grüße aus dem Teamwagen zur neuen Produktion. Was kostet der Südwesten? Aktuell bin ich mit dem Wohnmobil unterwegs und teste unter anderem Campingplätze. Also wir fangen mit einem ganz einfachen Campingplatz an, direkt an der Straße. Das war ganz schön bescheiden. Ich war aber auch auf einem Fünf-Sterne-Campingplatz mit allem Schnickschnack-Piepapo. Da hat es aber leider geregnet, was ein bisschen doof war. Aber ich hatte einen super Nachbarn, den Stefan, und der hat mir nochmal wirklich wertvolle Tipps gegeben, die ich zu beachten habe in einem Wohnmobil. Ich darf was in der Küche nicht machen. In der Küche am besten nicht kochen, am besten draußen kochen, sonst isst man ja im Dunst die ganze Nacht. Und du hast mich vor allem entscheidenden Fehler bewahrt, was den Toilettengang angeht. Was geht nicht? Man geht eigentlich nur klein. Was groß reingeht in die Box, muss auch wieder raus. Und darum will ich mich nicht kümmern. Und der Stefan auch nicht. Das heißt, ich darf dich nachts auch nicht rufen, wenn man es isst. Auf gar keinen Fall. Also es ist eine sehr, sehr spannende Reise und geht natürlich nicht nur um die Campingplätze, sondern auch darum, was kostet so ein Wohnmobil eigentlich? Lohnt sich da der Kauf? Lohnt sich es zur Miete? Ich sage nur so viel, ich bin das erste Mal mit dem Wohnmobil länger unterwegs gewesen. Ich habe 45 Minuten lang Spaghetti mit Tomatensauce gekocht. Ton ist auch dabei. Markus, wollen wir hier? In diesem Sinne, tschüss. Ich muss zurück in mein Wohnmobil.